Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe! Diesmal endlich wieder Medaillen aus dem Team Pizzmeade und Dado-Karten natürlich. Und heute spielen wir endlich mal diese Map, hoffentlich. Diese hier, meiner. Diese hier. Big Blue meinst du? Eigentlich Big Blue, die haben wir schon viel zu viel im Wasser. Muss ich mal ein bisschen egoistischer werden. Wir müssen mal das hier spielen. Wir brauchen mehr Splash. Das ist ein alles okay. Ich stimme zu. Ne, die von Jay ist auch okay. Oh, wir fahren jetzt hier. Oh my god! Die von Jay war natürlich richtig gut gewählt, würde ich sagen. Bestens gewählt. Wait. Wieso habe ich so eine Laterne hinten? Ach ne, das ist das Fähnchen für... Wir machen Laterne! Wir machen das mit den Fähnchen. Oh Daniel hat direkt nach vorne geschossen. Ja, die kommt gleich zurück. Die wird richtig krass. Oh, die rote ist einfach an allen vorbeigeflogen. War nicht so klug, Christian, die rote. Ja, das war ein Reflex. Ich bin überholt worden. Dann dachte ich mir, du kriegst jetzt ne... Oh shit, der war blau. Münzen, ganz viele Münzen, ganz viele Münzen. Die Münzen hier bitte immer zu mir. Ich bin der Münzmeister. Oh, Banana in Pyjama. Ich bin gerade vom Gas geben gekommen. Das war nicht so smart. Boah, die Bombe, ey, holy shit. Alter, wie ist die denn abgeprallt? Ja, auch wie die gedroppt ist. Die ist irgendwo abgeprallt. Die hat mir echt Angst gemacht. Die hat mich fast selber getroffen. Die war sehr gefährlich. War nicht clever. Das hab ich da nicht getroffen. Das Fahrerfeld... Das ist mir fast getroffen, ey. Das Fahrerfeld ist zu nah beieinander. Das müssen wir keine Gronen. Wer... Danke, Bram. Oh, tut mir leid. Oh, oh. Peter, ich bin hinter dir. Keine Dinger drauf. Ja, hab ich's gesehen. Dalo, bist du in die Banane gefahren? Ja, erst hat Bram hier abgeschossen und das. Kann ich auch versuchen abzuwehren. Bram, schießt du da Grüne nach hinten? Nein. Das ist Bram. Okay. Das war Christian. Naja, das ist gut. Ich glaub, das war Bram. Nur, dass du vielleicht die gerade nicht nach hinten schießt, weil Dalo und ich hin sind. Ich hab mir hingehört. Nein, er hat wirklich getroffen. Oh fuck. Tanuki und Larry, ja. Lemmy. Oh nein. Es tut mir leid, Boys. Alter, der Rote. Scheiße, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht auch den... Ah. Der war knapp. Naja, alles gut. Ist ja eh dahinten geschlossen, wenn du dritter gewesen wärst. Ah, Dennis hat mich weggeflammt. Jupp. Das war schon mal ne gute erste Runde. Kann ich nur so bestätigen. Ne ausgezeichnete Teamleistung. Während die anderen sich doch wieder gegenseitig abschießen, so wie sich das gehört. Wir haben auch Dalo gerade im Team. Ja, ich hab niemanden abgeschossen. Ich hab niemanden abgeschossen. Ich hab immer ein bisschen Rücksicht, Peter. Ja. Wir sind in einem Team, wir sind gegen Big Blue. Oh, stimmt. Okay, wir sind gegen Big Blue. Nein, wir sind viel Big Blue. Ja, aber Peter ist mein Käpt'n, der macht mehr Punkte als ich. Also bin ich gegen Big Blue. Mein Käpt'n? Das finde ich nicht gut. Ja, weil dann kann ich die Musik aber auch nicht mehr hören, echt. Wie? Wir haben ja noch nie richtig gehört. Noch nie richtig? Das ist ja hier ein Remix. Ja, aber dann kannst du die auch nicht richtig hören. Ja, aber dann musst du auch nicht die Clou nehmen, sondern die richtige. Ja, aber der Remix, der stimmt dich ein auf dem Original. Wie gesagt, die andere hat sowieso die geileren. Scheiße. Das war... Oh, jetzt muss ich richtig fahren. Wie spürt man die Strecke normal? Oh, 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 wo kommt denn die grünen alle her? Kannst du trotzdem die Abkürzung nehmen. Und jetzt auch. Alter. Komm, den Snob. Scheiße. Geh die Abkürzung. Schauen wir zum Aracan. Loll, das geht da nicht. Loll, das geht da echt nicht. Ich bin auch da runtergefallen. Fuck. Team! Ich hab meine Rode fast eingeholt. Oh, links vorbei. Oh, links vorbei. Komm, den müssen wir jetzt mal holen. Wow. Die Rote hat's ja richtig gebracht, ey. Gut. Ach, ich drifte auch heute an allen Items vorbei. Bestes bin ich. Loll. Oh, Loll. Ich werd jetzt gefickt. Am Ende hier. Hier gibt's. Ja. Keine Chance. Ich hab noch ne Bombe gelegt. Erster. Zweiter. Erster. Ja, ich bin dritter geworden. Ich dachte, da werden alle. Erster. Alles gut. Peter. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie war das nicht so schlecht. Du hast halt versagt, aber sonst ist okay. Man dürb, man müsste echt, das ist so ne Map, da muss man einfach andere vorlassen. Am Ende. Sonst hat man keine Schnitte. Stimmt nicht. Nee, er hat ne Rote. Nee, genau. Ich wurde abgeschaltet. Da kannst du eh nix für. Ja, machst du eh nix. Er hätte Defense behalten können. Defense gewinnt die Championships. Ich glaub, er wird gleich gewittert. Ja, warum gewinnen denn die Fans denn? Ja, im Football ist das so. Die Fans. Ja, das ist so lustig. Die zwei Wochen ohne, die werden mir echt fehlen. Ja, das stimmt. Wir schicken euch jeden Tag ein Witze im WhatsApp. Bitte. W nicht. Aber einen japanischen Witz. Ja, vermisst das wirklich? Da waren ein paar gute bei. Ey, ich vermisse das wirklich. Ich bin ganz froh. Oh, da hier ne gute Strecke, ne? Jawoll. Sehr gute Strecke, ja. Es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus im Moment. 25 zu... Keine Ahnung. 25,19. Jetzt hättest du eigentlich auch sagen können, wir gewinnen auf jeden Fall. Ne, ne. Ich sah nur, das sieht gut aus. Und das ist ja real. Wenn ich dieses hässliche kleine Kind da auf diesem Bike schon wieder sehe, ne? Du meinst den Kopf da drüber, oder? Nein, das war zu kurz. Ich hab die Kurve geschnitten. Schade zweiter Jane. Da hängt Tanuki. Oh, Alter, du bist weg. Ach was, wo kommt denn die rote jetzt noch her? Bist du jetzt grad in meine rote rüber gefahren? Ne, die hat mich halt auf der Klippe getroffen. Was soll ich da machen? Du bist da links rüber gezogen. Was heißt denn links rüber gezogen? Ich drifte halt durch die Kurve. Oh, ich wurde gefeuert. Von wem? Das geht doch gar nicht. Ich hab Dalu getroffen. Kann das sein? Ich hab auch Dalu getroffen. Ne, Christian. Du warst schlecht. Na echt? Okay. Ja, war die Dasing. Ram wurde aber auch getroffen. Oh Gott. Ja, wie fahren wir denn jetzt nicht ineinander, Jay? Okay. Weiß ich nicht, ich fahr einfach weil... Oh Gott. Oh, Alter, ne Bummel. Einfach zur Seite fahr und sterbe. Wow. Und jetzt letzter Wind. Peter, ich bin hinter dir aber irgendwie habe ich die rote gerade weggenommen. Oh, da ist jemand unsichtbar. Kann ich der, der Christian die rote gerade weggenommen? Oh, da hat der Unsichtbare mich mal richtig mies kaputt gemacht. Ach, komm. Wie denn für dich, Christian? Sagst du, wenn deine Position... Nein, nein. Was ist denn jetzt? Wie viel da bist du denn, Jay? Ey, man hat schon wieder einer die Blume geklaut. Was ist denn das hier für eine Klauerei? Ja, alles Räuber und Diebe im Gegner-Team. Ja, ohne Witz. Oh, ich bin nicht mehr zweiter Dallus hinter dir. Jetzt aber kriege ich hier nix... Nein, Christian, zurück! Nein, Jay hat mich nochmal getroffen. Oh, hoffentlich wirst du wenigstens nicht letzter. Ne, wird er nicht. Jetzt haben wir nur die Plätze getauscht. Ich habe versucht, links vorbei zu fahren. Ich habe erst einen grünen reingekriegt und dann oben. Ach, schade. Nicht gut. Du... Nicht vorbei, Leute. Ah, nicht so gut, die Rollen da. Aber Peter hat gewonnen, ne? Ja, ich habe gewonnen. Dann war sie wieder okay. Acht Punkte Unterschied noch. Ja, ja, ihr habt mehr Punkte ins Plus gemacht. Na, immerhin. Aber das ist noch nicht durch. Angst vor dem Wetter. Angst vor Babypark. Oh nein. Oh nein. Das, äh, gedonnert. Ja, aber stell dich das. Du bist da drin. Oh nein, Bram, warum? Oh nein, Dalu, warum? Das ist doch jetzt unsere Schocks, Leute. 1, 2, 3, das Rennen ist gewonnen, dann ärgern die sich. Und dann ärgern die sich. Ich bin im Babypark noch nie in die Top-Map gekommen. Ne, das ist deine Map jetzt. Jetzt aber, Bram, weil du... Ich sag dir, es geht immer rechts rum. Das ist der Trick. Pass auf, Bram. Instagram verpasst. Jetzt direkt rechts rum. Du musst nur noch rechts. Ne, mach. Wo ist denn die Abkürzung? Mitzer... Oh, kein Item. Nicht die richtige Position. Aua! Papeter wegfallern! Und... Und nicht selber. Ich bin nicht mehr Letzter. Ach, Christian, du Arsch. Ich hab hier überhaupt nichts gemacht. Ich hab mich nicht weggesniped. Nein, womit? Okay, wurde wieder gehittet. Ich hab aus Versehen den Snub getroffen mit der grünen. Das ist nicht cool. Gut, hab dich getroffen. Okay, Jay. Einer, äh... Zwei und drei sind wir gerade. Blau. Für die. Von Christian. Ah, die blaue hat's gerissen jetzt. Oh, das passiert häufig, Danu. Ja, nur die blaue, Danu. Ja, in der Licht war sechs Runden lang erst. Oh, ich hab auch noch Sepp getroffen! Jawoll! Nein! Nein! Die Bombe! Jawoll! Yes! Oh, was für ein Ding. Da macht der Jay noch so einen Snipe. Hahahaha. Harsch. Da konnten sie selbst mit ihrer random Map nicht unser Team ins Zittern bringen. Ins Zittern bringen? Nein. Egal. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, das ist das Relevante. Fakt mehr gehabt, die haben Fakt mehr. Hahaha. Ich meine, Danu interessiert sich auch nicht für das, was sein Team will, ja? Das war ne gute Strecke fürs Team. Ja, Bram sieht das genauso. Nein. Ein... Hahaha. Nein! 51 und 37 glaube ich. Wir danken vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!